Hans Thäumer von Dauern ist der letzte Eng von der vierte Klasse, der vierte Staub. Und das heißt Depressionen, Bedrängnis. Und am Anfang ging es mir ein bisschen zu reden von den verschiedensten Jästen, die in der Welt sind. Wir fingen in der Bibel nicht zu beten von dieser Jästlichkeit. Und hast du gesagt, in Epheser, in Vers 12, habe ich hier gesagt, da sagt man, wie schafft man eine Macht, die eine Laufherscheinheit auf dieser Welt, ohne im Himmel, sagt man, was eine Distanz schafft. Und worum ich wohl zum von dieser Ding überdehlt bringen ist, wann wir mit der Jäste zu tunen kriegen, und wir fingen uns nicht traust, und uns wird Angst, dass wir fingen in der Bibel antworten für das. So ich will uns zum von dieser Ding verteilen, wo die Schaufen tunen, um wann wir durch die Bände sind, dass wir nicht durch die Bände abgeben. Wenn diese Jäste, die Teufel, die haben sehr viele verschiedene Jäste in dieser Welt, und ich sage manchmal, ich wünsche mich, wie beleuchtet ihr nicht, oder wie möchtet ihr nicht alle, wenn es... Aber wie willst du, wie wird so viele Menschen schaffen tun? Wie möchtet ihr immer wahrer, eine Mensch hat mit dir zu tun, andere hat mit dir zu tun, und du jankert mich von zu reden, dass wann hier wäre es, was man besonders was zu tun hat, sieht nicht abgibig. Du hast Heulung für, und du hast Erratung für. Und Kreikepfeiser sagt, Vers 12, wo ich am Anfang will von reden ist, dass diese Macht, die schafft eine Diesternis, weil wir dort klar machen. Und diese Macht, die Welt sehr jährlich, dass wir sogar mit den falschen Jästen diester werden, dass uns dort nicht klar ist, was die schafft. Und wenn er uns dort an Diestern kriegt, dann hat er die Macht, dann wird er uns den, was ich will rumholen. Lukas 2, Vers 53, Vers 53, Dies ist die Macht der Finsternis, sagt er. So, dass wir abwarten, wir haben eine Macht, die da ist, was Diesternis ist. Und wir fingen in Meier so eine Versch, 1. Johannes 1, Vers 5, Das Licht scheint, und die Finsternis kann es nicht begreifen. So, hier ist so ein bisschen Trost. Hör ich dir mal. Das Licht, das Dacht, und das Diesternis kann es nicht begreifen. Und das Licht ist falsch. Wenn es, wenn wir im Licht sind, dass es Gott im Licht ist, dann habe ich Gemeinschaft mit ihm, und das kann nicht Diesternis nehmen. So, ich will dir nicht erklären, dass es nicht Diestere jährlich ist. Jährlich, oder ich soll sagen, Jährlich wird ihm Diestere schaffen, aber wir möchten es, dass ihr Leute Diestern merken, eier die Wirke können an uns. So, wenn wir im Licht gekommen sind, wir brauchen es, dass Leute Diestern zu merken, wo der Teufel kann schaffen. Das ist eine interessante Auszeichnung, aber ich verstehe die Bibel so. Das sagt Johannes 3, er sagt, der fleischliche Mensch will ihm Diestere sein. Und wir haben all durch diese Klasse sehr klar geliebt, dass wir uns fleischlicher Mensch loszuladen hatten. Wir machen es sterben zu dem, ja. Und wenn wir im Licht sind, dann dürfen wir nicht Angst haben für den Teufel. Wenn es den Korn mal am Diestere schaffen. Er kann uns Probe schmieten, er kann uns Seins abstellen, aber wenn er wirklich seine Kraft an uns kriegt, brennt er Diestere zu sein wie uns. Und das kann ich doch nicht nennen. So ist Diestere, und ihr scheitlich ist, du kannst an den Diestere stehen, mit einem natteligen Licht das Diestere machen. Aber du kannst nicht an den Diestere stehen, eine Japs von Diestere machen. Das ist allmählich. Und das ist das Schöne, was ich Ihnen will erklären, durch diese Klasse. Johannes 3, 9, das sehe ich auch kurz, dass die fleischliche Menschen die Welle am Diestere sind. So wenn du was hast, dass du fehlst, die Welle am Diestere sind, dann hast du wahrscheinlich mit dem fleischliche Menschen zu tun. Und wenn du dort hast, du hast, wo die Teufel nicht packen können. Du hast, wo die die gerieben können. Und Kolosser 1, 13, da sagt es, wir sind ja Rat von der Obrichheit der Finsternis. Jesus hat uns das Licht gebracht, dass wir die Erratung von unserer Diesternis haben. So das sind Trostfeier, und auf die andere wird uns sehr besser mit der Angst mehr. Du hast gesagt, dass die Macht in der Welt, wenn wir das Diestere sind, und dann kann es sein, wurde uns gerieben. 2. Pfeil, die zwei Feier sagt, die mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen sind. Oh mein Gott, hört sich schrecklich, nicht? Da sind Tchede von Diesternis worden spart. Eine Halle verstoßen sind. So wie macht ihr dort auf dieser Welt? Wie haben Menschen getroffen, wo da furchtbar gebungen werden? Wie können sie immer Tchede fast, die schreien. So haben wir beleuchtet. Hättet sich schwierig, und das wird schwierig, jo? Aber dort werden, die wir aus Christen gelohnt sind, und es darf nicht Angst vor. Ich weiß, am Anfang, dann wird es wieder so ab, da werden, da wird einmal kommen werden, sage ich, dass ein Mann soll ja besäte mit dem Teufel. Weil die da haben vor. Weißt du, was mir da teilt, wie flottert. Wo, wo ich dort merke, besäte mit dem Teufel. Wo, wo ich kann ja in dem Teufel gehen. Weißt du, was, solange als wir dort haben, dann habe ich eine Dusterplage in mir. Ich fange die Zweifel an, die macht, was der Teufel wird haben, was er mir verrundst. Wo, wo ich in dem stehen kann, und weißt du, da ist, wo die Teufel ans kann, und Zweifel in Angst nehmen. Wenn sich Zweifel. Ich sage immer, wir wollen an dem Teufel nachgehen, aber wir wollen immer am Licht gehen. Wir wollen niemals zum Duster nachgehen. Ganz klar am Licht sein. Ich habe das geholpen. Ich sage immer, das nicht meine sage, dem Teufel ruht zu drehen. Meine sage ist, die Leute zu gehen, mit Gott zu und das handeln. Dann wird Gott. Meine sage ist, die Leute zu gehen, und die Teufel in die Nome Jezus, hast du hier zu verlaten. Als das nicht, das Gott ist. Obwohl, ich habe so viel mehr erlebt, weil ich beruh und die Leute, mit einer klar hat, an dem Teufel nach und go, der ant. Das ist nicht wie mir, das ist, wenn es Gottes wird. Gott hat die Kraft, und als Jesus da am Krieg sieht, es ist vollbracht, der Glaube und die Sotz hat die Macht über den Teufel. Ich sage manchmal, dass ich so schreien da, wenn dort nicht todig zu sein Teufel go hier war, dann sei dem Teufel an dem Nome Jezus go hier war. Wenn die dort noch viel ich mag, dann sei dem Teufel an dem Nome Jezus wird dort am Krieg starfen die die Krofe genommen, an dem sie genommen hast du verloten, der Jett war. Do Do Mö 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 wie das eine Klo hat Do Brück wie eine Klo hat an uns. Erste Johannes ein Versage sagt das wandelt oder wohn lehne finsternis dort ist der lehne von uns leben. So wann wir im Diestre sind dort ist Glück ist wenn du lehne leben ist worum best du im Diestre steuern wenn du wirst ihn nicht oben bohren du wirst verliehen wer du bist das sagt die Schrift und so Lukas 7 21 he mag fehl gesund von beise jester jesus mag fehl gesund von beise jester war eif er saß vers 12 diese beise jester die schaufe an Diesternis und das jank hat mich klar zu merken wenn wir wieder von dieser Depression reden wollen dass wir fehl in der Bibel sehr klar dass jester sind was in der ist schaufe und wir sehr klar dass Jesus die Macht immer hat und das was uns fehlt klar zu machen wie du nicht bei eine Twiebel und an so verschiedenste je viele wo wir beine sind wo wir die kleines gläuwen und ja hier war das bild am Anfang wo ich in der Ferien ein von dieser klasse hat und das ist nicht sehr schmack das bild und so ist das wenn wir diese jester die dies schaufe done das fühlt sich nicht makkel und das fühlt sich angst ich weid das in die Zeit lang an an bedrechte to stand wir weil dann wird gered von beise jester unja des himmel so fuhr den an wie mir angst wat wird noch legeven und an der andere sieht wo mag die got wie und wo leib wie war so wo ist die got mir verlang dem so dat wir beide se die joh wor am ag feild wo derit and that do bern and is je viele do kone teufel an sehr viel ding die ich mo ke an we feind veil verschiedenste beise jester in dieser welt wat wie mo ak donen x x paulus schrift von sam sam jester en so tja wie von de o se n x x man mal sam van de jester wat van de o mat ding scho van ha paulus nicht zent a kone se zent falsche jester wat we in 1. johannes kapitel feier finge do wo de falsche profite se zent glavik do o ba v tja se zent falsche jester en all de jester wat nich betean dat jesus in flasche kome as do zent de falsche de wat betean dat jesus in flasche kome as do zent nicht falsche en dat je vare wane jester wat ins grill maakt dat des jester pack mi an en ik dwinge kan dat meint ik betean ik dat jesus in flasche kome is ik hoffn niet de krop gekregen so is een ding wo we kan ons de schreft nemen en stein saaten wo wir buren we dörven nicht angst ha falsche profite in falsche liere fabeln als je dat bekomt de bibel reed van dat alt weber fabeln zei van dörsen dag we veel maakt mene niet oh wie moet je dat vleeg ne want vleeg mag ik stug het ook ha ik wens van de op waks ga niet angst loot die los alle geloofers wat er reed wat van vriendschaft generation zinde oh ik kan langer op na vriendje breif manke mene nieten wo dat sted dat is van god gekom in 1700 en dat vroes die haas een breif gekregen die leid die een schief loot ne en die angst de mond te zijn wens de mond wo wees schmieten dat zegt de boven die moes wees schmieten de woes die ne leag kregen de teufel brengt angst donen ik wens je wees ho in zo'n breif hast die zonne die schief leag ik zei sie gons gelote neem stopt dem de garbage dat woed gott is a swore het we fengen in woed gott is dat in 1700 woed gott drauf komen met na gal na plot en se van so freshet ges at en ob kregen kregen de sa kregen die do was wieder je worscht dan gott die zene wo do has no angst ver as it ver kregen so en wat je dat zent we wo de teufel schoven dat engelsch se we witchcraft haxarie passiert soje feel bi des tiet en hier zent twee we ik wel jund warne vore haxarie ob ik wulg warne fa die haxarie onertjaan omgeven dat jim tikt er pang dat wie zei maar joh ek weet nie of jy dat ha ob wie has een mensje vongen wat die vroes nemen een nodel want ze in andere tiet zijn en houden ze op een boek nap en dan wie stij nodel of dat een jongere niet al is die lewe dat weet je wat dat haf ze goe getroffen dat ze lagen over somde is dat niet lagen dat is wat ze doen zo niet jy zei vroes neemt niemals een nodel en hult die op boek nap en kan je geluwe merken dat ze bij ze gister ben weet je wat hem hart zijn bij ze gedanken dat is niet in de nodel dat niet in de hul dat is niet in de hul dat is om hul en dit wil ik klaarmaken we hadden een paar lied wat moelle aans komen en die hadden een trouble met het kind dat we zo rug zo wild haar alle hul gezegde schreeg op en bij ze gezegde wat het aans de vroene rood en dan kreeg ze rood wel wat haai in je huis na wie weet het niet zegt hij zeg moel vlecht haai je kleid aan wat ze teken aan wens de kleider wat die company gemerkt haf die had alle een twijfel angemerkt aan dat kleid en wanne die liet zo'n kleid kreeg dan kan de jester na komen am huis weet wat gelief dat niet en wat deze lied had die had jesacht en werkelijk ze fing zo'n kleid en dan dan ze die kleider verbrennen bieten en dan dan ze beden ne wat de chint en ze goon in jeder sto na en beden drie van de teufels al uit hem huis ruit en dan ze chint ruj oh weet we as christen durven niet ons tot gelieven we had de macht ever tot zon passiet de mensche gelieven dat on weet wat met de lied passiet en je fein joh lot a chame zavara no ans en ze dat haf so veel je hoop beden wie dat je dat dat beden dat dat is zel z ze we had mo jester je pfung an ze is wel die ook beden voor die en dorp wacht dat op ik ze hey wat jet hier wat het teufel nu en dan vroeg ik ze al zo want jene na meia je vongen ha wat zent dat van oh hij sacht in computer has zacht wo alle we bij z' jester on je knack wie ze dat in jeder zwo z'n stuen jeng dat dan zacht alzo jene tjenga dan zacht de vroeg en tjenga waw zich niet meia en karra en biet kleid en wan ik er ireng zo bied antwoorden de kome is mame frauen est dat gris est do een jester on ik zet schloss dit maan weet wat we wel bloes een jester retriven ik wel dem jester retriven dat je geloven on deze ding want we werkelijk geloven ha on god der wie on deze jester niet doel neem hier zacht in eerste tim het heers een vers feier ha ha niet acht op de fabel de je wie in all honte frauen en berek en doel der bue nischt lot jende niet aan all deze verschiedenste fabel wat we nan fabel meint zijn oh ja want die son son is want de div non flecht dan wat waarschijnlijk wer stofen nu am fenster wat wat is dat is he moe van schwarter kota gehet dan lach je alle en het kon dat ook zijn werd on geloofd en schwarter kota kon zijn wat loet dan eigenlijk ha en ho en zomaat wie met dit in kleur het ha we can ons zo leag in diest neem brengen en deze falsche jester en wat je dat geeft ons bedrechnissen dan fangen we aan te twier las dat zo zo mensen die beden wanneer ik uit gaan en do wat zo stonen dan meent dat god zo en wanneer wat zo stonen dan meent dat zo som die brokken de bibel loeren opklapen dit wat dit in de ass schwarze in wel verstaat mij niet zo dat is sin wat do je geban met tot on wat glijf je ge wanneer klien we wanneer schwarze tiet dan verlang mij zo wanneer moll kunnen teken van god dat he nog leven is dat hij me go des feil kon ik niet me a g veil verloren verbist dat god wies mij moe een teken mis karak in de bot en schloss ik bed ik hem wies mij moe na walt na besonder walt wat immer er is maar een mal sag ik na walt wie een soie schmack het veil ben nee god dat het do niet ga ons kraak en do niet ga ons kraak ik wil een betere zijn dat is mij nog niet goed dat is niet kraak nog dat heb mij vlecht bloes uitgedacht vlecht dat bles in wo gewaast dat is wat we mensen zijn en deze ding die teufel schaft met deze jester waarom wens dat wie dit dat we dat klaar ha tweede team Matthäus feier feier dat ze drehen zich van der waarheid zu den fabel dat dat maar klaar dat wordt dat dat die waarheid en weet je wat ook wel je niet die die maak dat god niet kan daar in raum reden hij kan daar in stem reden hij kan daar in mensch reden hij kan daar in wolk reden van wanne wanne dat kost brug en dat god te di reden dat versant wat die nore brengt nou god neem dat an wanne du de bibel maakst en dat in farge wat te di reden dat brug dat op wanne dat die staas dat wo dat teufel jester neem kome dat die teufel brugt all dat om dat die met en dat jank dat die teufelsche jester wat een lof hars die tjern maal en die san is schoven en dat wo ik die warnende entscheidung te maak wo die niet weet wo die niet klaar het has do as wo die teufel kon maak ha wanne du denk was so menschen reden van wo hand rat je is dat got is wel of is dat niet want ik maak dan on je schoet is dat van arm leefst er niet ober wanne die dan was weet dat dat got die wat zene met de hand voren dan zegt got sin wel wo wat die zene want die zijn wel dat do komen die zene op en wanne die die entschieden is de hand te trengen dan mag dat klare dat die licht pas dat mi is wat een pick up interessiet dat niet de fiend zien wel dat is natuurlijk wat wie gleich een ding te ha wat er verwees kent en die jank het hem te kent is nog schmer ra dan zegt maak mu ok dan zegt nou nu din reak ding wo sit hat wo is din haushalts plan rijk dat dat ik kan in jah een pick up chap en en check nou wat haas as dat neidig als die neem chaps dan zegt dan go maud dich fair waag want de harde dat op me hapt dan chap die niet pick up en zegt dank ba for hem haf die feina niet pick up lot chap chap zegt klare met want ik weet no schwan soll ik dat niet soll ik dat lewe de oor me geven soll ik niet ik wommel in stad voren check en oh wat hem zet me zo schmack ik warte in huis wat got me nu weer seen a chad zult do am dat je dan haast een diastere plaak en dat ziemlich sacha die was angese blieben wein so we haan diastere pla in ons de jas wat van de on zo stel hond as van de on is het schraag lich angst habi wo er hang on weet je want wie am jas am licht woon zo stot met den andre jas van dat saas saas mensch haane grote angst wat wat passieren met dat dat wat nummer zijn en stehen en dat wat wie hore een man wat in centra gebrak wordt en die hoort klo de walt wat niet lang als twee jahre stonen dan wat hij verfolgen hij hoort een offenbar en hij kan met een taup offenbar en studeet en vele stunde met hem geset en studeet en hij hoort klo kon me dat hij klo klo en hij said van de ocean dag ha een chip neem en hij had gans klo zijn frie had de chips ruit gepoelt met een nodel en hij said in mijn vinger is ook een chip bijn wanneer gemel had hem opgehaald om mijn fingerprint nemen dan zo'n chip bijn dat wist hij niet en dat funkt hij niet het ja niet niet zo wichtig hij funkt dat op en de zacht we opgehaald police wist hij niet meer zo'n mogen staat de help hem de af bar on pijn vore weet niet wie het best zo weet wie hij nu wil zijn 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 zich befreien nu wil hij niet had een priet dat is top truen maar papieren schrijven en schrijven zo dat is ohne papieren zijn en daar ben bracht het centrum en vlijf wat wat weet wat wat voor jester zijn er zijn verschijden jester en hij hoort klo wat het zo 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 weet wat ik weet niet of ik kon erklari wat zo 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 wijn le klo wijn wie in licht woonle do kon de valk te uf niet en scho v kan hem een licht s en Und ich sage immer, wie trüh, abreich dich weisend und freisend. Du, und ja, wo Gott ist ja erst, uns beschütze, vor so eine Dinge steht. Der Teufel ist mächtig mit seiner Kraft, die er hat, aber lächelt es noch mal. Da wäre ich klar, hätte ich auch. Ich sage immer, Gott ist so heilig, er ist so da, und er würde uns dort anbeiden. Da wären wir, dass wir nicht da, wenn wir da ankommen. Markus 7 verscheint, wenn ich aus dem Hort komme, bei sie Gedanken. Die kommen nicht dort von jener Kompany, wo der Kleider mag, wo er einen Tag noch mehr hat. Aus dem Hort, da ist er, wo er dritt gekommen ist. Matthäus, nehn, fahr ich feier. Worum denk ich so bei sein, in den Horten? Diese Dinge, muss ich klar haben. So, als unser Erratung allein im Hort passieren kann, so kann unser Verlorener-Tostand auch im Hort passieren. Das würde passieren, dass. Ich sehe dann manchmal so, Bro, und das eine, was auch so faul, davon, wie er kam, wie er heute schon gehört hat. Mein Mensch, was wirklich gelaufen ist, dass, wenn die teuflische Döner äter merken, sie packen sie an und sie beten dann ab, den teuflische Jesen, und wenn man das ätert, dann kriegt sie auch den Teufel, dann sagen sie, ja, das ist, was passiert. Ja, oder die sagt, sogar ein anderer Mensch, der kann dort im Teufel stehen, der kann beten, dass er krank war, und er war krank. Und weißt du, was eigentlich wirklich passiert? Aber das bricht nicht passiert. Wir als Christen dürfen nicht an dieses Ding glauben. Ich sage manchmal, ich glaube nicht an dem Teufel, ich glaube an Gott. Das ist mein Glaube an. Some Menschen, some Christen, they fall up bei Glauben, was der Teufel alle kann tun. Wir machen das Ding, aber wir dürfen doch nicht an Glauben. Wenn wir anfangen an zu Glauben, dann fangen wir an nur an zu checken. Das ist das hier sein. Wir checken nur dem Teufel. Wir holen uns, hängen, jenen uns, ist Angst, wer fährt mit uns, der Teufel. Wir packen noch mit einer Hand zu hängen und den Glauben und Gott seine Hand an. Aber wir checken in den Himmel nach dem Glauben. Wir checken bloß, wo uns Angst wird. Ich sehe manchmal so berufen und vertel, hey, die Bibel sage ich so klar, dass die wir an und sagen, sie stoich ist, die, was in der Welt ist. Und wenn die in der Welt so stoich ist, dass die kann hier an dieses Papier rein, in mein Kleid, und bei dieser Teufel anknäckten, und bringen dem dort in Jan Husen an, dass das da wirkt, dann wollen wir Christen mal anfangen zu schaffen, eine Steile zu bauen, und dann hält ihr Jäß anknäckten. Seine, wo sich ihr Christen gebt. Ich will nicht spät, das versteht mich nicht so. Aber ich glaube, ich muss mal abchecken. Wer hat Kraft, wo ist die Macht? Matthäus 12, 34. Was das Herz voll ist, jöt der Mund über. Was hier am Hort passieren hat, dort ist, was er rückkommen hat. Wenn ihr das Wort voll, fabeln ist, ewig glaubt, dann kommt das rück, dann reden wir davon. Janus 14, 9. Euer Herz erschreckt nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich, sagt Jesus. Lass uns nicht Angst machen, wenn das. Das war das Kind vertellen will. Lass uns nicht Angst machen, wenn all das, das sind wir, ja, das weißt wie. Aber wir sind erfüllt mit dem Heiligen Jäß. Wir sind erfüllt von Gottes Genut und Leib. Wir leben in Genut. Gesatz der Gnade, sagt er dann im Räumer. Und es steht, Gesatz der Sünde. Paulus schreibt, im 7. Kapitel von 15, ich tue, was ich nicht will. Dann hing er an, sagt er, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Ich danke Gott, durch Jesum Christum. Durch dem, was ich da los. 1. Johannes 3, Vers 5. Wie weit, dass Jesus gekommen ist, uns die Sünde wahrzunehmen. Achter Vers sagt, der Teufel sind dich von Anfang, wer er sind dich ist vom Teufel. Und, was sagt er noch? Dort ist Jesus gekommen, um die Worte zu verstehen. So all diese Jäste, was du dann sind, wird die Teufel gehaftet, das ist die Welt der Kontrolle. Als Jesus gekommen ist, wir als Christen, wir können dort beinahe sein. Time an, Depression. Woran reden wir davon? Dort sind so viele Menschen, man kann uns Christen, Männer nicht zu können sein, wort er bedrekt darum gehen. Wie weite, wir sind Christen, wie weite, wir haben es beteilt. Aber wir sind so, wenschen, wenn wir können freilich sein. Wir sind so bedrekt. Philippus feier, feier, sag ich, ich freilich in dem Harnen, aber wahr, als ich freilich muss. Wo sind sie freilich? Weil wir immer so stüt bedrekt sind. Dort ist die Ursache, worum ich in der Teimah rede will. Johannes 10 Vers all. Ihr sollt das Leben und volle Jägen haben. Ho, meint, dass ich sie Millionär kann, so viel äter sich will, so viel fortgeschäubert sich will. Hier werden wir denken, wer ist Gott. Jägen, meint, wir sind dann freilich. Jägen mag nicht freilich. Habengut mag nicht freilich. Bitte, die das volle Jägen hast, da mag das freilich. So, das sind so eine Dinge, das dort wird, wie man ein Kloch hat. 2. Korinther 9 Verschach. Gott kann machen, dass ihr allerlei Gnade habt, in allen Dingen, volle Jägen, und allerlei Güten Werken. Das ist, was Gott merken, das ist, was wir Christen sind. Unsere Beroepung ist, an Frieden und Freude zu leben. Ewa kommen. Wir haben alle die Rechte, und wir sollen dort uns in Betrag nehmen. Wir haben alle die Rechte mit, das Schild, das Kopfsteck, das Schwert, und große Steuble, wo keine Schlange durchbieten können. Dort haben wir rein alle. Wir haben das Leben. Wir haben es selber beträgt. Was du sagst? Das war feil wie Angst. Das ist, was ich in der Zeitung war. Ich wollte mal die Böse gehen, dass ich damit durchkomme. Jesus wird auch beträgt, wir haben nicht so zu denken, dass, oh, ich sehe bloß vom Teufel, dass ich sich beträgt. Nein, Jesus wird beträgt. Warum? Wenn es die ganze Welt sind, am abgelagert, wo er sich die Namen abkwinkst, dann fühlt er beträgt. Und um zu denken, was er da am Garten geht, zu sagen, was er da am Garten zu sagen, was er da am Garten zu sagen, ihm, ja. Dann steht, er sagt, er steht, ab, mit Maut, jetzt ihn verordern, Jain. Das wird wissen, abstehen, mit Maut, he wisst, was Sehn Noah Judas tut. Und he jängt ihm an, Jain. Dann koste er ihm da noch nicht. Ich werde uns mal mit nennen lassen. Das ist eine Schwierigkeit, was Jesus da gefehlt hat. Weißt du was? Die Schwierigkeit, was hei da drüuch, das ist die, was du in Ack von da durch am Lausworten kann. Wie dürfen du nicht bei mir sein? Nein, und denke an den Krieg, was hei mir einmal sagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du was? Ich kann nicht mitfeilen mit Jesus. Wenn ich denke und versäge mich zu feilen, dann denke ich an meine Depression. Ich habe mich an die Schreie. Hey, Gott, haupt. Du bist so wach. Wo kann ich an? Dort verloot nicht viel. Wenn ich mir einmal antworte, Gott, du weißt, was ihm hat gefehlt. Du weißt, mich verlangt an dich. In das Versch, was ich sage, in Ierste Johannes, wann er uns hat uns auch verdammt, Gott ist geraten, er wird alle Dinge. Er weiß, dass mein Gott an verlangt. Und das hält mich immer. So, das ist die Ursache, worum ich gleich zu jen, zu vertellen, von Depressionen. Was ist das? Wel, ich nahe, dass ich eine Krankheit, würde ich Satan mit schaffend haben. Wir kennen, dass ich eine Krankheit nahe, und ich sage, dass es nicht eine Krankheit, dass es bloß, du bist jästlich leer. Ich würde erklären, wie ich hier vorher Dinge in Betracht nehme, ich sage, dass es eine Krankheit ist, wenn ein Mensch krank wird, wenn eine Depression hat. Ein Mensch wird so lange, als es negativ gewartet, und hat auf die viele Gebiete mehr oder Trouble. Und wir haben das gemerkt, wir haben Menschen gehört, und ich würde sagen, dass es verschieden. Einer hat mehr Trouble, da ein Wort, er bedreckt, und der andere erst bedreckt, dann kriegt er mehr Trouble. Aber es kann nicht sein, dass Depression bloß jästlich ist. Dass es eine Krankheit ist, je viel krank hat. So, wenn es das Tast an der Meo hat, das Tast an den Kopf hat, das Tast an die Arbeitslast hat, die nimmt die die weich, das Tast an die Schmack hat, einmal oder habe nicht eaten, und da hat man einen Charper drin, das ist natürlich. So, das ganz klar, dass das natürlich auch schafft. Und, wenn wir fleischlich sind, an der Depression, und eine Person, die bedreckt ist, die wird sehr leicht beleidigt. Some waren leicht beleidigt, some den jettet und zornen, whatever, some die waren leicht mautlos, some können keine Entscheidungen machen, die twiwelen bloß immer, some die do eine unbedacht, unbedacht ding, ja, und die anderen, die können bloß nicht wiederkommen, die können nicht entscheiden, so das ist eine Fleischlichkeit auch. Und was ist seilisch, wenn man seilisch betrachtet, ist eine Angst und ein großer Druck. Die seil feilt ein verlangen und feilt sich direkt in Angst. Verlore feilen. Ich sei niemals gut genug, ich warte niemals gut genug mehr. Das sind viele die in die seil nicht haben. Jeeslich, die satanische zin mehr. In uns bedrekt, ein Mensch warte seine zinde bedacht hat, ein Mensch warte in duper zin leeft in wel die rück eine feierfache krankheit wird es sei was es. Wie können nicht ein von anderen einschreiten das was die satan versich das top zu mixen das wie unbedingt nicht so rück finden. Dann sei ein Mensch in dem Doktor an Brück mal Pälen an Warte schofen. Dann vor ist der Hahn und wie je weit wovie Pälen und dann schoft das doch bet wenn sie dann blüste je viele betreiben dann kann die Menschen nicht mehr rören und lachen so was passiert dann sind nicht zu fried dann sind die Pälen über dem den Mäu bescheiden dann macht es noch Mäu Pälen Brücken dann fangen so ein dies Licht vor dann macht es noch Pälen Brücken vom Kopf dann über dem stop der Tau dann macht es noch was Brücken dort Müft so dort ist nicht der Help anderer sagt du möchtest mal noch Pälen fahren schär die mal üt weil dann kannst noch Pälen fahren schär die üt und Pälen bet man die halb doch nicht blüft da ich sie zwei mal na ich sie mei mal die vor aber zwei mal besonders in der Saalbunk und Hängerbleien beten für dort äk vood in hüse und vroeg Gott wie best du äk hat so ein geluven an mien wie wach ob äk glüh nach an wat die Bibel zegt dat we die andere geluven would had do in my halb du kwai weet jy wat so feil ek ek wel jy nie make glüh die halb nicht but so feil ek ek kund chine er is feil ek wul dit is ne feil vage krankheit ne zaja achte je feils krankheit wat an action is die schoft zail so karpelig ek zaja ma ne unertrigtlige krankheit ek wud vele lewe weid ha vele lewe an operation ha oz so ne krankheit ist tot wens die so faszorrat charpelig seilisch fleischlich en jeslich wat vone actions hafte depression haf verschiedene jeslich seilisch fleischlich en charpelig jeslich ons bring dem glower off ons gloeve verschwinkt ans glóves level de yet hier han en ans je viel level yet hier han en ans scheidunge merkt wie nu word hext das so wana ze je viele hecht sind te glóven dan mag wie ans scheidunge nu je viel dat wo die schoffen dat du wurscht ook der geen ander mat je vielen dan zegt mal pelletje dich ne frische sort vom doktor mi wier so angst wo ek nu feile word mat dis apel en de doktor zegt die woi die helpen wo dan we na huis vord en ik de anne me dat die er an je verne stond dan word mein holz dik ob ek zat die ganze stond in feile ek zei ek kleib die kon noch maar de hohe feile zo feile wat wat passeren in jan wak mi fangt dat schluck an schwa te goon en da word boz dik ek k min frü lade de lade me na mat van doktor vorn en wie fuhr den boz ik ek wul nog laft schriven wat do wat paseren sek is dat hospital saag dan leid dat no dan sek is de ban wie kwenk dem dokter nikmol wies wo gasht wie wach dan sek ik wat wat wie en dat wie een kluk doktor hij wist wo ik feil hij hink en hol zich dat bier en las dat ver me van deze pelle wat die alle duiden dan saag da van al de jaren wat we deze pelle brug dat is niemals een man de hol stik geworden ok mi ook niet ik vond je zo'n huis dat is mijn geloof level wie hoon mijn gefeels level wie hoog en ik moet en schede doen waar ik feil de jucht noem has betalen dat wat we doen is dat nisht mijn schwer seien seien ja dat ja dat kast du sein nog maar een ding wat dat zail en smog dat angst verloren te gaan dat is is ne waag want we werkelijk deep in depression zijn dan dan nou dat dat het een wog wat je ertraagt en dat je geen fred op de zwaard ik kan aan mijn heng denken ik kan aan mijn karp denken aan mijn kop en mijn feit en alles dat doet alle nis maar is wat dat is wat en dat moogt een verloren feilen onhemlig on seien boah ik heb veel moet je zei dat ik kan niet zijn ik kan niet dokter kan ik mijn vrouw zijn wat ik dat feilt dat is niet het zijn maar ik zei aan je woorden wer weet van wat ik red dat kan ik we hebben een erforder wanne vrouw een depressio is en de maan vrouw komen aan snak mijn vrouw zet do dan moet een vrouw dat mijn vrouw stel en mijn vrouw stel wie weet van wat we reden wie weet we weet van zon wat we niet zeggen vrouw dat nog een denk wat dat ik hasen je veel china kan met mijn vrouw vrouw dat is wat depressio is alle andere weet niet wat mij dat ik zit gans alleen en daar ben is tam angst vorn joh fleischlich sogar fleischlich schreeb angst wie weet niet van wat mijn vrouw lacht maar niet van mij ah niet zei wat zei zegt dan ha ik moet schloppen met leeg aan wens wang uits werd schede dat wie me to diesta en dan word ik to arig met leeg dan ging we te fout bitter begoes voor de borre wie de gans diesta do grill ik me nacht wo zei zich grill so we niet to denken wat gert of her we niet voren hof dat dat is we lachen even somf is ding wo dat zent ober so een mensch is dat dat wo het dat is door tjapalik meid schwaak krank mage probleeme kap dieslich er schwa veel gas is er go kolken dat is de tjapal je poort aan en anze je vele level as hoog dat ons got dat wo bij ons an ho wo feil ak dat dot nanak ne derje mischt die je veels krank het zaya as dit gewesse veel moel betjaan en maar ware betjaan ek ha min zinde van god would me doan hod in schoen in himmel geven als ik betjaan dat dan wik een betere entje die je zie want dat mijn oude zinde van ver betjaan en moel betjaan ik wil gaan sneeuw dat zult je covered zijn dat zult je dag zijn wens mi feilt zich zo dat wie wat funkt dat niet goen om kreeds dat koste los voorn en weet wat ik wil je vertalen dat ne alle top genomen wie brok de dokters wie brok ans charpa to nären alle ding brok wie ober god haft ans charpa gemelkt wie har dat al feel gefong want er is werkelijk zijn wer het gemolk haf en dat werkelijk die ziel de teufel zijn alleen zijn en ons en wie gonne maar tot niet reeds dan kenne ze er melk perle op hier op de brokken er elke seltzer kenne stond bleven en er kop perle kenne stond bleven en wie hax en je vong wat er riggewey do op dat is zo wonderboa als God ons gemerkt haf en wang wie anfangen de leegnis vorm teufel te kleven ok wang dit erkläre dan would ik zei het 100% te 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 op wang du wach en mensch dat erkläre het 100% te 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 dem draag stu bloos nog dollar doel wang stond de lo wat we 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 mission were en ek stond en gottes gloe we met ching familie to to glewe ak sie vorm teufel dat was ik feil nacht dat te gleven nee wie broeke te ertjane wo wo die teufel spring dat x en we al ons diet lich melken dat is wor as wo kum bi los num triets goene lot of die pression die pression as ne wortel van negatieve gedanken en angloven dat is de wortel van depresion en wanne die wortel da is en dat entstondet dat maakt ons charpa krank dat is e dat er klare word dem maats ryt wasen dit en beständig ryt even woran wenn dat scherpa lich dat zelisch en dat scherzlich nu will ik niet erklæren dat je moet de zin ryt even zinde maat wie non triets trao dat scher we niet ryt even ob ans je viel leven da moet we ons an de god zel licht ne even ik zei ma mal wanne wie onze zinde laus war dat is ze makelich dat feilt sig makelich wat die welter roden is broek en seilsorja wat met die beden dat ik wil niet zei dat in maats ni wo wiet wach en seilsorja de koss van de was wat vlecht kon din partner din seilsorja sen wat dat dicht bias en ik wil leiche van de partner zonne kon zanne wat gott sve et charnet het en is feier verschiedene way dat dat terper licht kon sen dat sen kon en dat na angst in seil dat die in deze feier we bekaunt is met dat den verständnis haft wenn som mensche van die is lang zijn in depression geweest die zijn zo leeg terper licht die cern goe kroft chri die broek ik zei die broek vitamines dat die terper sterk melken dat die ober sloss vare chri en chern so dat broek beides kolosser 3 versast 10 as in zaya gode ding word help kan geven preis dem harn uit dem glouwen nicht ge vielen as tot meel dat we can om glouwen in harn preisen want we gons doof feilen jure as meel we moeten nu jain ons leeg is wat we feilen gonen en geloven got is wo is reich dat meest dat is glad zet van des klien kambijn schipen en dem vorder den brengen ja die kost niet bloos nemen pak om om en geme gemeenschap die moet anfangen wo het schaft natuurlijk anfangen die kost niet het eerste vood jesus reet van de nechsten die mo het eerst mal charpel leeg geven dat zet een dokter me mol 90% van de kunde wat hij kreeg kone hij met een meel peil halpen wens de veel bloos dat is ik mo kan uitsch en dat een peil kreegen kone de halpen onra de zet van wie een betelbungs peil broekken doen hij zet hij den mensch jevend van nerven trubbel wat hem halpen de bij knus vengen wat de feer twee weg wat dat is do on fang to halpen en dat hij je wik dem een betelbungs peil dat de nechsten dag goud feilt dan wordt dat de dat dacht broekken wens wanneer nech ne betelbungs peil gof dan schmaide de fuurten vorn nechster dak dan kree de vare peil en schmaide de fuurten vorn nechster wie broek ne betelbungs peil en weet wat jes lich broek broek wie man is mal jesus leiv wiesen tje mal jesus leiv die he die god tot ne betelbungs peil zand he wel ruit he wel los do hem do we say hey hast die been gebroken do je wank nus om raam ek wil hier ruit zo na wat en dat je viel sleven ruit wat kost dat dan eerst die ruit halben en wat dan wat eerst dan is de noodle melken betelben dat die moet kan nou laten zo z tjesslich we om de leif van jesus erklaeren he walt die ruit halben die feilt so wat jesus leif dan ach weet wat god zine leif eerst nich an an se je vele on je knekt want wie verloot de feile van am dat zah nus dat hij ons niet krek so goud is is wan we am no feil en dat we dat verstaun tjern dank got tjern zah doni want du schlaag feilst dan dou ek weet god tjekte mien hoort nam ek zah mag mag fang hier moet besie dan met god te connect nich hier hier kon ik weg maar die weet kom me nicht eruit be hier besie fang ik moet got te connect wens ik wist god wist wat hier in je bani wier en en am die krav moet om te schuwen dan moet ik dankbar zijn unfeilen bibel zegt wien we is fredig zijn dan preis wie god do hingen zegt dat ober wat ons hoort ons ook verdam god is die ad we all ding en dat brook die geloven dat we dat chan don rame rach versal wien de jes en ons woont dan dat de jes de jes wat jes het graf ritol want die en ons woont dan is het jes wat ons stof het lew niet maken dat is wat depression schaft wanne kast den jes an die n kregen wat to geloven dat dan kan die geloven die kan die niet je viel lew niet maken en dat brook me ma tito en se ik spreng moto na depression as ding wo beroet was en ik na dat een generation zin ja niet onbeding van papa mama of rost papen no dit is die teufel die haft hier een generation wo hans n schreef entweder met zin of entweder met to veel schoven of er met irgen so een ding is tot en dan plant er het en 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 dat die nie vele heven en en dira dine wo na he melken en dira dine an geloven rof dat dat jet zo staup verstaup en zo brok wie staup verstaup te bossen dat had we in de feeklaas we had levels eind is de radung next is de heulung we kenne niet heulung kreien ver radung ha woon woon we radung is ha dan woon woon de next kreien falle lech om da die schare woon rot ha woon woon sch pot rot sa en ha wat ons leid en alle war het zo as en lech met deze krankheten avina dat krankhet de gemischt krankheten wo we kenne van los kenne raim rach verschwit en sast en woon gott des geest en ons drift dan die af de jest ons geest zeugnis dat we kenne san en dat is wat we dier geloven alain chan so we tom los kommen van dat brok wie on diesen geloven on te holen en dan word god jaft ons nicht so geest wat ons gen ach te schweilen dat er wat nie die stannis as he jahft uns wo we sei aber lieber vater dat so jesus wie kregen en den chavi valgen wat brok wie tom los blieven van deze zagen hier wil ik je zei wat mie vel geholpen haf en dit jane gans wat ander brok ek geloof niet dat je dat wat ek ha maar ik wil je die die geven at jade die dit ma mo en ik van djongk op ons en was wat zingen zag licht en djongk cds volgen met familie to me intereseert zingen en mi intereseert ook te horchen van irengs wie je zang is dat glach ik haan en ik do veel maal wanne ik maar ik maal meid zie dan goe ik na lach mi beru bank haan en dan haj jama sam zingen wat besonder in mijn hodje n chan dan stel ik dem da so an so luit dat ik niet wanne mijn vrouw de alle hante kapt in de tjeck en bullet dat ik niet dat bad luit niet ik mijn niet anmenschlich luit verstaat mij niet zo maar zodat ik dat fein horen kan voordat ik mijn heng op brast heb leg door en darts got luit bloos moe rollen hiede woord wat je luit hof wat je bloos schein dat wo ik gemeenschaf ha ik zo dank wat het en do krak am je zang konik all mijn gries dret loten man dan fris ha hey is all on gas dan sto je op en se get je rift en dat is een ding wat we can doen on dink wat we can doen is leih wiedergeven jen die niet want du feils en verlangst andere zullen die komen verstonen zullen die gaan tristen go met andere mens reden wat bedrekt dus som woude zei want du bedrekt best dan verzeknig naar anderen om helpen of mij haf dat je helpen bloos moet jene je vielen gaan en vrouw wo jet die dat en ik ga met zonder staat wat ik wist wat ik zou dank schen jesus du has me los geholpen van mi bloos met mo horchen en top i dro en wie haf gelacht och lach is ook sa je sund so is an verschiedenste ding wat wie kenne donen om berg lus to voren tom schloss die mat emma klo merken dat din je viel leven kost die nicht ab buren wo de kors op buren as op den geloven wat got die an beiden dat wat wie an bibelfing doen en du moet so klo ha dat van din je viel leven die bedrag maakt dat as net teuflische macht twivel donen hever donen ik so denken na joh dat is vlecht door wijn 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 ik kan bit te schoft vlecht dat door dat wat je na hever gön dat is ne teuflische macht dat is wat hier buren schoft en dat is dat wat ons hoff trek en dat ne dink maakt die klare dat hier sind feier sorten en am eind fleischlich du moet sterben wijn du dal wos en dine depression do nie mool so denken na joh x joh bedrag do wijn wijn dol mool klare dol wijn as ne sin do do niet wat twijbelen fleischlich alles wat die fleischlich nen kent op mat nam kreeds in stod am dat die kost los kom wijn zwan die do is die riem lo wijn as wijn ja 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 ik so bedrag en nu wijn ik so bedrag si on as wijn jah 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 kan for no no sind as do ni tot sin tot bliv sin fleischlich charperlich du maats dien charper nähren en fleeien mogt dat klo so mensche die wo do wijn bedrag wijn ze han is to eten oder ze eten ganz verschieden einmal saia einmal nuscht oder ze han is to schlopen god hafde je plan hafde gode nach je bit schlopen oder gemerkt he hafde et die jift dat by ons nähren sell sehr tempel gottes nicht in ordning holle dat scherperlich do maat virk versori seilisch maak kloa dat die best in chint gottes dat die do nie wat twibels want die twibels os den chint gottes bas en chint des teufels dat moak die seia bedraget seilisch maats du dat klo merken wo koste dat no de bibel no goon he zacht so dat he zacht dan mag zin jes ons kloa wie gottes in kinge sind wat we dat seilisch kloa ha jes maak kloa dat du dine zinde ryt is do nicht je heime zinde holle want du je heime zinde hollend is dat is wat die tot rekt dat is wat die dies da merkt mag die den kloa kloa